servus leute was geht ab und herzlich willkommen zu einer neuen folge wo w walk and talk ja ihr seht vielleicht schon im hintergrund ein bisschen eine besondere optik tatsächlich eher weniger der hintergrund an sich sondern vielmehr den charakter den ihr im vordergrund seht und zwar ist das ein horden charakter auf dem server ereda das ist der gute zahler g ein aktuell windläufer mensch und warum ich diesen erstellt habe da werde ich gleich noch zu kommen beziehungsweise wird euch generell in dieser in dieser folge etwas unter die arme greifen und erzählen was ich mir jetzt vorstelle wie es weitergeht generell wie die pläne der zukunft aussehen das hexenmeister let's play ist ja jetzt offiziell beendet sprich da haben wir erstmal nichts mehr mit zu tun das ist jetzt vorerst auch durch ich habe wie gesagt ja angekündigt dass ich das gerne bis level 50 durchziehen würde was ich jetzt auch gemacht habe worauf ich auch sehr stolz bin und ich freue mich auch zu sehen wie das let's play bei euch ankommt beziehungsweise generell jetzt wo es abgeschlossen ist und die leute sehen dass wir es durchgezogen haben wieder so die reaktionen drauf sind und ja das führt uns aber auch ich auch direkt zum nächsten punkt und zwar wie geht es weiter ihr habt ja auf dem kanal wahrscheinlich schon gesehen dass ich auch let's play anno und let's play need for speed anagon 2 offen habe das ist auch gut so denn das sind spiele die außerhalb von wo w geführt werden sollen und immer mal wieder sporadisch kommen sollen das ist generell ein konzept was ich gerne weiterhin verfolgen möchte was mir auch spaß macht so dass wir immer mal wieder abseits von wo w auch andere spiele mit reinnehmen klar wo w ist so ein bisschen das steckenpferd sage ich mal aber das heißt nicht dass wo w das einzige ist was ihr hier auf dem kanal erwarten sollt oder auch könnt sondern das ist mir wie gesagt auch ganz wichtig dass ich das spiele was mir spaß macht und da zählen hat auch eben noch mal andere games hinzu und ja genau deswegen ist es wichtig für mich an dieser stelle zu sagen dass ich mir gut vorstellen kann dass auch in der zukunft noch wo w let's place kommen also sowohl mit dragonflight kann ich mir das sehr gut vorstellen und ich denke mit dragonflight wird sowieso was kommen wo ich in die richtung noch mal gehe aber auch mit wo tk classic da kann ich mir das auch sehr sehr gut vorstellen dass wir da noch mal in die richtung was bringen aber ja wie gesagt das ist jetzt erst mal nicht geplant ich habe jetzt gerade erst mal keine genauen pläne wie es mit let's play rein weitergeht für die leute die das vielleicht gerne schauen oder sich da fragen kommt da noch mal ein let's play ich denke ja wie gesagt man kann auf nichts eine garantie geben aber ich würde es für sehr wahrscheinlich halten dass da was kommt aber ich weiß selber tatsächlich noch nicht wann und wie kann mir aber sehr gut vorstellen wie gesagt dass mit dragonflight was kommt oder halt auch eben mit wo tk classic ich habe es ja schon mal angeschnitten dass ich da gerne ein todesritte will würde vielleicht ist es tatsächlich schon die reihe die ich dann mitnehme hätte aber tatsächlich auch gerne ein let's play bei wo tk classic von 1 bis 80 und das ist halt mit dem todesritter schon schwierig weil er halt auf ja weil er halt auf level ihr wisst ja 55 startet deswegen das ist dann noch mal eine andere sache ja liebe leute kommen wir aber erst mal tatsächlich vielleicht dazu warum ich hier diesen windläufer mensch spiele oder generell trollmönch würdet ihr euch bestimmt fragen und zwar liegt das zum einen daran dass wir moment ich gehe mal kurz hier drauf auf die kollegen liegt das zum einen daran dass wir ja große pläne in der zukunft haben mit dem kollegen oder generell auf dem server hier und zwar weiß ich jetzt gar nicht ganz glaube ich das verpacken soll aber ihr wisst ja dass ich generell auch ein sympathisant für die horde bin ich denke mal das ist keine das ist kein geheimnis dass wir da ja sympathien mit der horde haben und ich immer mal wieder gesagt habe dass ich mir das auch sehr gut vorstellen kann halt mal die die kehrseite der medaille abseits der allianz zu erleben jetzt knallt der macht an sich richtigen salto raus ja ist halt blöd dass jetzt die ganze zeit hier reden aber auch das kriegen wir hin genau dass ich mir das sehr gut vorstellen kann auch da auf seite der horde halt aktiv zu werden und dann habe ich jemand kennengelernt tatsächlich auch hier übers internet auch über youtube der mir jetzt den weg in die gilde hier auf dem server geebnet hat beziehungsweise mich ja gefragt hat ob das nicht auch was für mich wäre und ich habe gesagt definitiv also wie gesagt ich habe keine gilt das wisst ihr ja wahrscheinlich schon ich bin tatsächlich meist oder größtenteils solo unterwegs was natürlich auch viel den spiel spaß hemmt den man in ww hat oder haben sollte und da habe ich gesagt da muss ich auf jeden fall was ändern und ja der charakter den jetzt hier seht ist tatsächlich teil des plans teil der veränderung und ja ihr könnt mit dem charakter oder ihr werdet mit dem charakter in zukunft einiges noch sehen allein schon weil jetzt generell die horde ist und ich da generell viele ideen habe aber auch weil ich jetzt hier in der gilde bin und wir uns schon besprochen haben dass tatsächlich auch mythisch plus raiden pvp mal wieder mehr ein thema werden soll und ich kann mir auch sehr gut vorstellen abseits davon dass ich mal wieder in der zukunft auch mit dem monk hier ja pvp bringe und dann mal aus sicht der horde seite und ich glaube da habt ihr alle bock drauf das war auch damals ein bisschen das thema bei immortal games oder auch zuvor auf diesem kanal pvp ist ein geiles thema gerade für videoaufnahmen kann man immer gut machen mit dem commentary drunter und dann kann man kurz zack zack die horde oder die allianz verschnitzeln je nachdem jetzt gehen wir kurz nur die christie ab genau ja sehr gut genau und wie gesagt da könnt ihr gespannt drauf sein ich selber bin auch tatsächlich gespannt weil ich mich sehr darauf freue ich freue mich auch mal wieder ein bisschen mehr videos vom endgame content im allgemeinen zu machen und das impliziere ich ja damit oder das wird auf jeden fall passieren da könnt ihr definitiv gespannt drauf sein weil wie gesagt das wird kommen mit dem morgen wir müssen nur gucken dass wir den schnell wie möglich gieren wenn der halt 60 ist ich bin halt gerade dabei den aufs aufs endlevel zu ziehen also auf level 60 wenn der dann soweit ist dann werde ich den quasi gieren über seren mortis mit der gilde etc und wie gesagt alles weitere alles weitere wird sich dann zeigen und wird auch noch früh genug kommen so dass ihr dann seht was dann hier letztendlich abgeht und ich freue mich drauf tatsächlich ein bisschen wieder so back to the roots zu gehen mit mit bgs arena hauptsächlich natürlich random bgs aber wie gesagt gerade wenn man eine community in die gilde hinter sich stehen hat kann ich mir auch sehr gut vorstellen dass rbgs etc da sehr interessant sein werden und da freue ich mich natürlich drauf ne rbgs arenen random bgs und das alles im endgame content da freuen sich die meisten denke ich mir natürlich drauf und dann ist natürlich noch mythisch plus eine sache wie gesagt dragonflight kommt wutk classic kommt und ich freue mich sehr auf die zeit ich freue mich sehr auf die zeit weil das sehr viel potenzial hat oder möglichkeiten gibt content zu kreieren für euch und wie gesagt ich muss natürlich immer natürlich noch weiterhin darauf aufpassen wie ich das zeitlich alles manage weil wie gesagt youtube und generell zocken immer nur noch ein hobby nichts nicht nicht mehr nicht weniger und wie gesagt da muss man das natürlich alles irgendwie unter einen hut kriegen aber ich denke mal das könnt ihr tatsächlich schon selber ganz gut einschätzen so sprecht mit telen schwarz am boss und begleitet ihn auf das dach des weltenbrechers das kriegen wir hin genau genau ab mit uns auf dem panzer genau und ja tatsächlich gibt es auch gar nicht mehr eigentlich so viel zu sagen wie gesagt ich habe euch jetzt ein bisschen die zukunftsaussichten erzählt um das vielleicht noch mal zusammenzufassen der charakter hier ist teil der zukunft der charakter wird hauptsächlich bald denke ich mal zu sehen sein in in let's play wo w pvp und auch generell in arenen in mythisch plus wie gesagt zusammen dann auch mit der aktuellen gilde wo ich mich sehr darüber freuen würde wenn das alles so klappt wie ich mir das tatsächlich bis jetzt auch noch vorstelle hier übrigens im hintergrund das schwarze portal sieht sehr schön aus können wir uns mal so ein bisschen so hinstellen okay jetzt sieht es komisch aus machen wir es einmal so wird mich auch freuen wenn das tatsächlich alles so klappt wie ich mir das jetzt hier vorgestellt habe und ja in dem sinne liebe leute um es noch mal zusammenzufassen pvp rbg random bgs mythisch plus und andere sachen vielleicht irgendwelche erfolge irgendwelche rates et cetera alles was quasi so dazu zählt kann ich mir sehr gut vorstellen dass wir das hier demnächst auf dem kanal sehen und ich würde mich sehr freuen wenn ihr das ganze natürlich begleitet ich hoffe ich konnte euch so ein bisschen verständlich darstellen was ich überhaupt jetzt von euch will beziehungsweise wo es jetzt überhaupt demnächst hingehen soll wie gesagt es gibt für nix eine garantie kann natürlich auch immer noch können sich natürlich auch immer noch dinge ändern was auch absolut ja okay wäre nicht schlimm wäre wie gesagt kommt unverhofft kommt oft und es kommt oft anders als man es denkt aber wie gesagt ich habe euch jetzt meine zukunftsaussichten ein bisschen dargelegt und ich hoffe dass ihr das cool findet dass ihr dabei seid und wünsche euch an der stelle auf jeden fall einen schönen start in die woche macht's gut leute haut rein und wir sehen uns dann mit den neuen projekten ciao